Wir bringen 700 zum Ersten. Zwingen mich nicht dazu. ... zum Zweiten. Und... Oh, Shali, ich fürchte, du musst das Kreuz einfach kaufen. Einmal drei Millionen sind gebunden. Jetzt musst du liefern. Und... Oh, das wird sowas von kein Sprach! So kann man's auch machen. Du machst das super. Schön durchhalten. Hey, Trent. Ersten will, dass ich das zum Tresor bringe. Danke. Shali, wo gehst du hin? Es gibt nur eine Regel im Spiel, Kleiner. Nicht erwischen lassen.